Au, die Zone ist... Synchron, ne? Hahaha, ja. Ein Fehler in der Matrix. Wir leben nur in einer... Oh Gott, ey. Jetzt treffe ich nix, alter. Ah, JTF, Leute. Ah, Tasheeeeee. Neee. Boah, wir werden einfach nur... Blut und Wasser schwitzen, ey. Und vielleicht weitere Flüssigkeiten. Eh. Was hast du? Einen blauen Gegenstand gibt der mir? Ich... äh, alter. Einen blauen Gegenstand. Okay. Anletzt du. Ja. Sie nähern sich unseren Jungs am Einstiegspunkt. Melden Sie sich bei denen, um reinzukommen. Diese Cleaners müssen so schnell wie möglich unschädlich gemacht werden. Hier ist ein Handy, Boys. Du musst einfach kommen. Was ist so toll an dem Laden? Oh mein Gott, das ist unglaublich. Es ist wie in nem Krankenhaus. Man sitzt im Rollstuhl... Ja. Kapitän! Ja. Sind gerade eingetroffen. Verstanden. Benitez sagt, Sie wären die Kavalerie, auf die wir warten. Ja. Da drüben ist etwas Sprengschnur. Sprengen Sie die Tür auf, wenn Sie bereit sind. Wir bleiben hier in Position. So. Bleib zurück. Nur einer geht nach vorne. Und dann direkt zurückkommen, Lukas, ja? Na vier? Oh ja. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Und das war nur der Beginn der Mission, ach du, ach du, nein, 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 nein Ach, äh, ja, sie haben einen kleinen Sprengroboter. Ich brenne, ich brenne immer noch, ich brenne schon wieder, ich brenne fucking schon wieder. Gott, oh Gott, ich stehe mitten im Inferno. Gibt's dir eine Rückenmassage? Ja. Ich find's geil. Warte mal ganz kurz. Ich mach doch mal ganz kurz das Dementer. Nimm mal den Motor weiter. So. War grad etwas heftig. Hm, glaub mal ab. Die Mission hat mich zum Kotzen gebracht und ich hab mich so aufgeregt, ne? Gibt's dir keine Munitionskisten? Irgendwo später. Aber das ist das kleinste Problem, glaub mir. Ah ja, jetzt wird's lustig. Hier ist ne Munitionskiste. Ich würde euch empfehlen, die wahrzunehmen. Weil... Abfuck. Sobald wir jetzt hier drüber streiken, gibt's kein Zurück mehr. Und das, was da steht jetzt an Truppen, ist ein Witz im Gegensatz zu dem, was gleich kommt. Viel Spaß. Oh nein. Nein. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Oh, diese Sprengtrucks, alter. Nein, ich bin down. dankeschön zwei gelbe sniper da hinten ich hab keine snipern mehr alter Puh! Was ist das denn? Oh nein! Keine scheiß Medikits mehr, ne? Das ist nicht gut. Sonst kann ich auch nicht mehr heilen, ne? Ja. Oh nein! Medikits! So easy, alles gut. Fange feindlichen Funkspruch ab. Das Kollektiv eliminiert. Und die Munition? Wir müssen Dragon 1 beschützen. Ein schweres Team wird sich um die Bedrohung von außen kümmern. Oh shit! Pestilenz, alles klar. Boah, Junge! Oh Gott! Boah, Junge! Oh Gott! Kommt nach oben. Lack mich hier mit Krieg rum. Ich lack mich hier mit drei Mann rum. hungersnot ist da ohr alter Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab Oh no, Gott, ey Verteilt euch Munition kann übrigens nur begrenzt aufgehoben werden, merke ich gerade Ja Nein, ach komm ey, die haben keine Hot Wheels Autos, die hier brennen Ja 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 Oh, oh fuck scheiße komm zu mir oh shit oh shit so Lukas, dann zeig mal was du kannst aha nein boah, dieses blöde Hotchpitz-Auto, wach? oh, alter komm, zünd mich an, mach Barbecue aus mir also, ähm ha, dieses blöde Hotchpitz-Auto, dann wär das gewesen, dann wär alles safe gewesen, wach? Entschuldigung Alter was war das für ein Lachen gerade, voll geil ich werd wahnsinnig, ey warte mal, ich tausch mal mein Chavi um, das ist für die Situation ne scheiße ja Maschinengewehr ja kann ich nämlich schön Sperrfeuer geben boah ok, let's go äh, ich war gerade noch mal meine Waffe dran ja, ich greife, ich greife noch nicht an, alles gut, ich bin nur rüber gesprungen ja, wenn vielleicht die vier apokalyptischen Retter rauskommt, dann wird's extrem, aber alles andere ist easy ich glaub die Fähigkeit sparsch mir mal lieber auch mit dem Wiederbeleben, wach? ja ja da hat man auch Klosterzeit, alles gut ja, ich hab nur zwei Behälter ja ich hab leider keine ja ich hab leider keine ja ich hab leider keine ging an in der tausche okay warte bitte vorher angreift ja ich habe nämlich gerade ein deutlich stärkeres maschinengewehr erhalten und das könnte uns hier in der situation hilflich sein was das machen so sturmgewehr und maschinengewehr selbe kombination habe ich auch dann attache boys feinde lehren sich an positionen wow die schaffstätten sind aber richtig behindert drauf da 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 wow du bist down what the fuck, wie hat der mich denn jetzt erwischt i'm coming to your plane wow ralph hat vor mir gedriftet nein diese trucks dass du tot spielst nein nein ich geh am arsch ich bin ich bin down oh nein oh nein oh nein oh mein gott das wars oh nein oh nein oh nein oh jonge der mach oh 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 oh